Guten Abend. Geht's gut? Geht gut, ja? Gut. Gut. Das unterscheidet uns zum Beispiel. So ein Spontanreferat ist für mich eine relativ einfache Sache, weil ich gelernt habe, ohne Text zu sprechen. Alle, die sagen, der Mann spricht zu schnell, dann müssen Sie schneller werden. Okay? Wenn ich zu schnell spreche, müssen Sie schneller werden. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die, mit denen Sie es zu tun haben, sind Ihnen sowieso immer einen Schritt voraus. Und die Täter nehmen auf Sie. Sie sind nämlich Opfer, keine Rücksicht. Wenn Sie mir nicht folgen können, haben Sie verloren. Okay? So. Ich bin nicht hierher gekommen, um mir Freunde zu machen. Ich bin nämlich ein unabhängiger Journalist. Das heißt, unabhängig bin relativ autark. Mir ist die öffentliche Meinung egal. Wer kann das von sich behaupten als Journalist? Oder wer von Ihnen kann das von sich behaupten, dass Ihnen die öffentliche Meinung egal ist? Die meisten von Ihnen sind gefangen in einem System, wo Sie darauf angewiesen sind, dass zumindest die Nachbarn oder die, wo Sie arbeiten, gut über Sie denken. Ich habe mich davon lange verabschiedet. Weil in dem Moment, wo man das macht, macht man eine Art von Konsens. Man erzählt Dinge, die man nicht selber glaubt, weil man denkt, der andere würde dasselbe glauben. Der glaubt das aber auch nicht. Das ist unser Dilemma. Was kann der Einzelne eigentlich tun? Weil wir haben ja am 22. diese Veranstaltung, die nennt sich Wahl. Und ich habe mich ja ganz offen schon geoutet, dass ich Nichtwähler bin, was nicht heißt, dass ich nicht wähle. Ich bin ein extrem aktiver Demokrat, aber ich gehe nicht zu dieser Bundestagswahl. Und ich habe früher von den Wahl- und Mat Werbung gemacht. Ich möchte Sie quasi, ich möchte Sie aufregen. Ich möchte, dass Sie richtig sauer werden. Sie können auch auf mich sauer werden. Das ist mir egal. Aber Hauptsache, Sie benutzen die Gehirn und machen mal was anderes, was Sie immer schon gemacht haben. Sie machen mal was Autarkes, Solo. Ich finde das toll, dass so viele Leute hier sind, aber das heißt noch lange nicht, dass Sie im Recht sind, nur weil Sie mehr sind. Die meisten erwarten von uns ja irgendwelche Antworten, die hier auf diesem Podium stehen. Sie brauchen keine Antworten von mir. Sie kennen die Antworten alle schon. Und Sie warten darauf, dass wir es kollektiv tun. Das ist ein Fehler. Sie müssen das alleine tun. Und vielleicht ist noch jemand hinter Ihnen. Aber wenn Sie darauf warten, dass erst jemand hinter Ihnen sein muss, damit Sie losgehen, dann haben Sie schon verloren. Ja. Okay. Ich muss in den letzten Tagen viele Gespräche führen mit Freunden und Verwandten, die mich immer fragen, kennen, ich habe gehört, du wählst, was soll ich denn wählen? Da fällt das Wort das geringere Übel. Das steht mir bis hier, okay? Bis hier steht mir das. Ich möchte Ihnen nur ein Buch kurz vorstellen. Das habe ich zufällig in meinem Bücherschrank gefunden von Susan George. Kennt vielleicht der ein oder andere. Hat Attack mitgegründet. Politologin geht stark auf die 80 zu. Das Buch ist aus dem Jahre 2006. Auf Deutsch sogar erschienen. Sie können es sich da also kaufen. Bei Booklook auf der 6,98. Kostet also weniger als Fußballbücher mit Fingern drauf. Das Geld hat jeder. Und ich möchte nur einen ganz kurzen Teil aus einem Klappentext vorlesen, weil darum geht es nämlich hier. Es geht um das, was um uns herum passiert. Und Susan George schreibt in Klappentext. Sie brauchen eigentlich nur den Klappentext zu lesen. Das Buch ist gut durchstrukturiert. Sie haben danach viel verstanden. Aber der Klappentext reicht eigentlich. Das ist das Einzige, was ich heute vorlesen werde. Hier steht folgendes. Und zwar geäußert von einem amerikanischen Spitzenmanager. Okay? Ich würde die Globalisierung als Freiheit für meinen Konzern definieren, zu intervenieren, zu investieren, wo und wann er will und sich für möglichst geringe Restriktionen durch Arbeitsrecht und soziale Gesetze einzusetzen. Nur darum geht es. Nur darum geht es. Und diese Leute stellen sich am 22. zur Wahl und Menschen wie Sie denken ernsthaft darüber nach, ob sie da hingehen. Was ist mit Ihnen eigentlich los? Dass Sie ernsthaft darüber nachdenken, das geringere Übel zu wählen. Welche Partei das immer sein soll. Egal, welche Partei Sie wählen, die vielleicht weniger Stimmen hat. Auf dem Weg nach oben wird sie korrupt. Verstehen Sie das nicht? Warum? Weil Menschen mit Macht nicht umgehen können. Ich weiß nicht, was aus mir werden würde, wenn ich diesen Job hätte. Ich rate Ihnen, geben Sie ihn mir nicht. Ja, geben Sie ihn mir nicht. Behalten Sie den Job. Entscheiden Sie für Sie selber was passiert und versuchen Sie nicht über Ihre Familie zu herrschen, sondern mit denen ein soziales System aufzubauen, wenn das nicht schon der Fall ist. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ist das kompliziert? Was ist das geringere Übel? Man kann ja trotzdem dahin gehen. Da möchte ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele nennen, um Ihnen mal klarzumachen, was viele von Ihnen noch denken. Ich glaube, es ist auch wieder internationale Automobilausstellung, oder? Ist doch so, Jürgen, ne? IAA. Wenn Sie auf die IAA gehen, und ich habe das getestet, und ich möchte die Umwelt schützen, dann gehe ich dorthin und ich werde gehen mit einem kleineren Auto. Kleinerer Motor, drei Liter, vielleicht auch mit Strom, dann noch Rage Extender, aber es wird ein Auto sein. Ist das richtig? Aber ich bin mit einem Fahrrad gekommen. Ist das nicht viel umweltfreundlicher? Nein, nicht für die Autoindustrie. Und wenn Sie die Umwelt schützen wollen, kaufen Sie gefälligst ein Auto. Sonst sind Sie gegen die Umwelt. Sie können nur die Umwelt schützen, wenn Sie auf die IAA gehen, wenn Sie ein Auto kaufen. Das sagen Ihnen Experten überall. ADAC, alle können Ihnen das bestätigen. Sie haben doch gar keine Ahnung von Autos. Sie kommen mit einem Fahrrad und wollen auf der IAA erklären, wie man die Umwelt schützt. Kaufen Sie ein Auto. Oder aber, wenn Sie etwas tun wollen für den Italiener in Ihrer Straße, der noch kocht, ohne Glutamat und die ganze Grütze, Monsanto-freies Essen, was müssen Sie dann machen? Dann gehen Sie alle vier Jahre zum McDonald's und ordnen das komplette Menü. Aber Sie essen es dann nicht. Sie machen also Ihren Zettel undültig. Sie kaufen das Menü. Das Geld ist in der Kasse und Ihre Protestnote ist, Sie essen es dann nicht. Und dann werden die bei McDonald's mal sehen, was sie davon haben. Solange Sie das Produkt kaufen, hat sich das erledigt. Was Sie dann nachher machen, ist so scheißegal. Das ist alles, was ich den Wählern sagen möchte. Politische Parteien waren mal eine gute Idee, aber in dem Moment, wo Millionen Menschen ihre Stimme abgeben und die Macht auf einige wenige konzentrieren, geben Sie diesen Leuten eine Atombombe in die Hand. Und die können damit nicht umgehen. Und wenn Sie sich die Wahlplakate da draußen anschauen, egal von wem, und du, gemeinsam erfolgreich, dann müssen Sie sich auch die Frage stellen, was ist mit Ihnen los, dass eins dieser Plakate überhaupt noch hängt. Wieso hängen die denn noch? Ich kann Ihnen das sagen. Mit Ihnen kann man es machen. Man kann Ihnen diese Scheiße erzählen. Sie wissen nicht, von welchem Erfolg die reden. Aber Sie glauben, jemand muss es wählen. Es gibt diese Person nicht. Der Erfolg ist von gar keinem spürbar. Es gibt diese Gruppe schon, wo der Erfolg da ist, aber da hören Sie nie dazu. Und Sie denken ernsthaft darüber nach, das geringere Übel zu wählen. Und ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der ernsthaft darüber nachdenkt, am Samstag zur Veranstaltung zu gehen mit Angela Merkel. Und sich das anzuhören. Um sich dann aufzuregen. Warum? Warum machen Sie das? Warum lassen Sie sich von Peer Steinbrück, einen Mann mit 130 Euro-Krawatten, der sich die Ärmel hochgekrempelt hat und ein Sozialdemokrat dann sein möchte, der sein Geld vor den Banken verdient hat, der 92 Milliarden verbaselt hat als Finanzminister und das ist der Hypo-Real. Warum lassen Sie sich von diesem Mann erklären, wie wir aus diesen Bankenschlammasteln rauskommen? Was tut man Ihnen eigentlich in den Tee? Was mir spontan einfällt, da sehe ich nichts auf den Wahlplakaten. Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Plagiatsaffäre 1, wenn Sie sich erinnern wollen? Da war doch was. Plagiatsaffäre 2? Armutsbericht gefälscht. Und da ja noch diese NSA, die läuft ja weiter. Der Verfassungsschutz ist ja da mit drin. Und da stellt sich Pofala hin, den kennen Sie vielleicht gar nicht und sagt, ich erkläre, dass wir beendet. Und Sie denken ernsthaft, um da hinzugehen zu dieser Veranstaltung. Hören Sie auf damit! Sie sind daran schuld, dass das so weitergeht, weil Sie das bestätigen. Das ist McDonalds. Und wenn Sie dort hingehen und Ihr Menü kaufen und bezahlen, spielt es keine Rolle, ob Sie es essen. Haben Sie das verstanden? Das ist doch nicht so schwer. Ich habe gestern Abend ein 10-jähriges Mädchen interviewt, weil ich verzweifle an Ihnen, okay? Verzweifle daran. Ich habe mir einfach darüber gesprochen, abstrakt über die Metapher, was Wahlen bedeuten. Ich habe zu ihr gesagt, hör zu. Wie alt bist du? 10 Jahre. Okay. Was kannst du denn eigentlich zu Hause bestimmen? Na, wir, ja. Ähm, wenig. Sag ich, kannst du bestimmen, welches Auto deine Eltern fahren? Nein. Kannst du bestimmen, ob ich Schule hier geht? Nein. Wohin Urlaub geht? Da könnte sie Vorschläge machen. Okay. Und kannst du die durchsetzen? Nein. Aha. Das heißt, wenn deine Eltern Dinge beschließen, musst du die machen. Dann sagt das Mädchen mir, ja, aber nur noch 8 Jahre. Die ist 10, ne? So. Ich stelle das online morgen, ja? Damit sie sich das anschauen können. Und sage ich, wieso? Ja, da bin ich 18. Und was ist dann? Dann kann ich mir mich selber bestimmen. Sag ich, aha, du musst doch 8 Jahre warten, dann kannst du mich selber bestimmen. Und bleibst du dann bei deinen Eltern wohnen? Nein, das geht nicht. Das heißt, ich könnte dann, sie könnte dann schon bei ihren Eltern wohnen bleiben, aber dann würden die Eltern weiterhin über sie bestimmen. Dann müsste sie ausziehen. Und da habe ich hier die Frage gestellt, die viele sich ja selber stellen, wenn sie diese wahlen, ob man das nicht kombinieren könnte. 18 sein, machen, was man will und bei Mutti wohnen bleiben. Ne, das ginge nicht. Die Eltern könnten zwar nicht überall noch über sie bestimmen, aber sie könnten bestimmt, welche Gäste kommen, wann ins Bett gegangen wird und so weiter. Also man müsse sich auch schon dann rausbewegen und das machen. Und da habe ich hier die Frage gestellt, die von Ihnen mir ständig gestellt wird. Wenn man also nicht zu dieser Wahl geht, da stellen mir ja viele die Frage, wie geht es denn dann weiter? Mein Navigationsgerät ist heute kaputt gegangen. Ich habe in meiner eigenen Straße nicht mehr gewusst, wie ich rauskomme. Wie geht es denn dann weiter? Ich bin einfach rausgefahren. Aber wenn man sich nicht mal daran gewöhnt hat, schwierig, ne? Da gibt es Leute, die fahren direkt in den See, weil das Navigationsgerät sagt, fahr gerade aus. In der Gegend, wo sie sich auskennen. Und berufen sie vor Gericht, das Navigationsgerät hat es gesagt. Also fragt mich dieses Kind. Ja, ich frag das Kind, wie willst du das machen? Du bist doch dann zum ersten Mal erwachsen. Du warst noch nie erwachsen. Und wissen Sie, was dieses Kind zu mir gesagt hat? Und die ist 10. Man kann sich nicht im Leben davor drücken. Die ist 10. Das heißt, ein 10-jähriges Mädchen von der Straße hat vollständig verstanden, was Politik bedeutet. Man muss bei Mutti ausziehen und sich selber darum kümmern. Und ich habe sie gefragt, ja, bist du bereit, dafür auch auf die Schnauze zu fallen? All das sagt sie, ja, natürlich. Ich will meine eigenen Fehler machen. Ich bin nicht hierher gekommen, um das zu tun, was andere mir sagen. Man kann sich nicht davor drücken. Das ist nicht der Job, den wir haben, dass wir uns davor drücken. Also, ist das so schwer zu verstehen, wenn das 10-Jährige verstehen? Wir drücken uns alle, indem wir unsere Stimme einem Parteiensystem geben, an das wir alle nicht mehr glauben. Die Idee war gut. Aber jeder, der dort sitzt, ist ein Lobbyist, ein Vertreter, dem er gesagt hat, hör zu. Wenn du hier reingehst und das sagst, was wir hören wollen, kriegst du eine supergeile Position. Und damit kriegen sie die Leute. Geld spielt ja keine Rolle. Was willst du denn haben? Ein Haus im Tissi, eine Motorjag, 10.000 Euro, haben wir. Geld ist nicht das Problem. Das heißt, sie können, wenn sie ihre Stimme einer Partei geben, auch dem geringeren Übel, dort nichts erreichen. Sie müssen sich autark und unabhängig machen. Und was müssen sie davor tun? Sie müssen einfach ganz normal sein. Sie brauchen doch die FDP nicht zum Einparken morgens, oder? Braucht irgendjemand von Ihnen die CDU, weil er nicht weiß, wie viel Taschendillgeld er seiner Tochter geben möchte? Das klappt doch alles. Warum glauben Sie, dass Sie alle vier Jahre Parteien wählen müssen, damit die für Sie Probleme lösen, denen Sie nach vier Jahren immer sagen, dass das leider nicht geklappt hat? Denn welche Probleme, die man vor vier Jahren uns gesagt hat, die existieren, das sind ja nicht unsere Probleme. Es sind Probleme, die man für uns erfunden hat. Welche dieser Probleme sind denn verschwunden? Haben wir etwa weniger Hunger auf dieser Welt? Das sind alles Experten, die das machen, ne? Ich bin kein Profi, ich bin kein Experte. Gibt es weniger Wattenexport? Oder gibt es weniger systemrelevante Banken? Existiert dieses Bankensystem noch? Ist es nicht so, dass nach der Wahl man ihn eröffnet wird, dass das mit dem Schuldenstitt von Griechenland doch passieren wird? Weil es leider nicht vermeidbar. Und dass das alles so weitergeht. Und dann geht es mit Griechenland so weiter, dann geht es mit Spanien. Ist das nicht so? Das wissen Sie doch schon, oder? Habe ich nicht heute bei Spiegel Online gelesen, dass Steinbrück, der es nicht werden wird, mit Merkel jetzt schon über die Große Koalition verhandelt. Das heißt, Sie wissen das schon. Warum gehen Sie immer in denselben James-Bond-Film? Mit einem ganz schlechten Schluss. Wenn das wenigstens gut gemacht wäre, dann könnte ich Sie ja verstehen, aber das sind ganz schlechte Gags. Und das ist die Frage, die ich Ihnen stelle. Dass es diese Parteien gibt, hat ja auch für Sie eine Funktion. Die Funktion ist nämlich, dass wenn Sie Ihre Stimme dort abgeben und die Ihnen Dinge anbieten, die Sie vielleicht wollen oder nicht wollen, die Sie aber da nicht hinbekommen, dass Sie fein raus sind aus der Nummer. Weil Sie wollten ja weniger SUV fahren. Sie wollten weniger AKW-Strom. Sie wollten weniger Fleisch essen, aber das hat die CDU ja gar nicht vorgeschlagen oder konnte das nicht durchsetzen. Und deswegen können Sie das nicht machen. Denn erst wenn die Partei das vorschlägt, können Sie das machen. Niemand von Ihnen kann sagen, ich verzichte auf Fleisch, er braucht jetzt einen Go von Angela Merkel. Ist das richtig? Oder ist das nicht richtig? Das heißt, in dem Moment, wo Sie aufhören, auf diesen 22. September zu warten und sofort damit anfangen, sind Sie auch selber daran schuld, wenn die Dinge nicht klappen. Und viele von den Dingen werden nicht klappen. Da müssen Sie immer neu anfangen. Weil, Zitat, Sie können sich im Leben nicht davor drücken. Und wissen Sie, woran ich verzweifle, ist, ich betrachte dieses gesamte System, was sich ja über den Globus erstreckt, als eine Art von Titanic. Der Kahn geht unter. Und Sie sind in der dritten oder zweiten Klasse. Und Sie hören auf Leute in der ersten Klasse, auf neue Parteien in der ersten Klasse, alles, was die wollen, ist, dass das Käpt'n denen ein bisschen verschoben wird und dass sie daran teilnehmen. Soll das die Rettung sein? Und wenn jemand zu Ihnen sagt, als freier Journalist, es wäre Zeit, in die Boote zu gehen, dann muss der sich dafür rechtfertigen, wie er denn drauf ist. Das könne ja gar nicht sein. Das hätte man Ihnen dann schon gesagt. Das hat man bei der Titanic ja auch gesagt. Zweite und dritte Klasse, ihr geht unter, wir machen uns mal so, oder? Gab es da eine Durchsage? Nein. Wer war denn am Ende in den Booten? Wer war denn da? Die, die sich das Ticket leisten konnten. Sie sehen nicht so aus, als ob sie sich das Ticket leisten könnten. Warum sind Sie noch auf diesem Kahn? Ja. Ich bin gleich fertig. Das ist das, was ich sagen möchte. Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie über die Klinge springen werden. Dass man Sie zum Narren halten wird. Aber Sie sind ja nicht allein, Sie haben ja vielleicht noch Kinder. Und was Sie denen eigentlich sagen wollen, da sind wir dann auch bei Syrien. Wir wissen, was dort passiert. Uns verkaufen wir mit Logik, dass wir Syrer bombardieren müssen, die Syrer bombardieren, um Syrer zu retten. Das ist so eine Unverschämtheit. Das lese ich in großen Gazetten. Das lese ich auch im Spiegel. Da wird gehetzt, bei der Bild-Zeitung ja sowieso. Da wird Barack Obama, wenn er sich nicht gleich so einig ist, da wird als Schwächling dargestellt, Zitat, weil er nicht mit dem Baseballschläger dazwischen geht. Was soll denn das sein? Was ist denn das? Was machen denn deutsche Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze? Was würden die denn tun, wenn er angegriffen würde, wenn die Syrer sich wehren würden? Den nehmen wir schon wieder in einem Krieg. Und mir ist das persönlich egal, wer uns in diesem Krieg geführt hat, ob es die Grünen waren, die Roten, die Gelben. Ist mir scheißegal. Wir haben in diesem Krieg nichts verloren. Und in dem Moment, wo Sie da hingehen, legitimieren Sie das, dass Sie das dann schon richtig machen. Und nachher werden Sie sagen, das wollte ich ja nicht. Wissen Sie, diese Parteien, die Sie da heute haben, was ja Konzernvertreter sind, das sind Kinder mit Schnellfeuergebären. Und Ihre Stimme ist die Munition. Und wenn Sie dort hingehen, wir waffnen Sie die. Und deswegen sind Sie ja auch mit Schuld. Das muss Ihnen mal klar sein. Die Täter sitzen nämlich hier. Wir sind die Täter, weil wir wissen, was die machen. Wir geben denen die Stimme. Und dann spielen wir erstaunt. Für die palausigen Arbeitsplätze. Das ist doch scheiße. Das regt mich auf, verstehen Sie? Und dass man das jedem Einzelnen erklären muss. Eine Schlagzeile in einem ARD-Magazin bei Anne Will. Syrien, bringen diese Bomben den Frieden. Überlegen Sie sich doch doch mal, wenn Sie in Dresden gewohnt haben oder in Hamburg. Bringen diese Bomben den Frieden. Das ist doch unglaublich. Da müssten Sie doch alle sagen, ich zahle dafür keine GZ-Gebühren mehr, weil das ja die hetzen ja. Aber wir setzen uns da vor, wir schauen uns das an und haben keine Zeit, Bücher zu lesen. Und wenn ich bei Facebook etwas länger schreibe, dann sagen Leute, ich sage ganz schön lang. Ganz schön lang. Was ist denn das, wenn ich das abtippen würde? Dann wäre das auch lang. Und spielen aber den ganzen Tag irgendwelche Videospiele. Ganz schön lang. Ja, guck Sie mal an. Die meisten von Ihnen. Wir können Sie ruhig sagen, bei mir kommt es nicht raus, oder? Gucken doch Fernsehen, oder? Nicht mehr. Ganz ehrlich, wir hatten Fernseher zu Hause. Komm, Hände hoch. Sie haben keinen Fernseher zu Hause? Ich besuche Sie. Okay, das ist ja der erste Schritt. Aber Sie wissen genau, was Fernseher ein Suchtmedium ist. Sie setzen sich da vor und gucken sich das an und denken, wieder nichts gesehen. Und in der Zeit, wo Sie das machen, machen Sie etwas anderes nicht. Sie benutzen nicht Ihr Gehirn. Lassen Sie sich nicht verführen. Aber aus diesem System auszusteigen, heißt nicht auszusteigen. Das eben nicht. Wenn Ihnen jemand sagt, bist du nicht demokratisch? Das bedeutet einzusteigen. Volldemokrat zu sein. Sich um die Dinge zu kümmern, die man wirklich ändern kann. In Ihrer Straße, Ihren Nachbarn. Was immer Sie machen können, sich nicht aufhetzen zu lassen, gegen die oder die, die Sie gar nicht kennen. Sie müssen diesen Politikern widersprechen, weil die Ihnen aber gar nicht zuhören, dürfen Sie nicht hingehen. Wissen Sie, wie ärmlich oder erbärmlich eine Wahlveranstaltung aussieht, wo keiner ist? Wo nur Angela Merkel zu wem auch immer spricht? Das wäre eine Ansage. Und schauen Sie sich diesen Staat an. Wer führt uns an? Angela Merkel und Herr Gauck. Ja, Gauck. Ja. Also, irgendwelche ehemaligen Kollegen aus der DDR, die war ja auch eine demokratische Republik, oder? War die demokratisch? Die war doch demokratisch, stand drauf. Wenn es draufsteht, stimmt es. Oder nicht? Und was ist denn die Staatssicherheit gegen das, was heute die NSA macht? Kein Wort sehe ich davon. Warum nicht? Weil ich kann es ja mit Ihnen machen. Sie stehen nicht auf und sagen, Entschuldigung, wir müssen reden. Nein, wenn Herr Porfalla, ein Idiot, sich hinstellt und sagt, beendet. Dann schmunzeln Sie vielleicht hinein, regen Sie sich auf, sagen das vielleicht noch zu Ihrem iPhone, Siri oder so. Kommt ja auch von dort. Und dann ist die Sache für Sie erledigt. Und damit müssen Sie aufhören. Und alles, was Sie dafür brauchen, ist Unabhängigkeit. Sie sind unabhängig. Sie kommen auf die Welt unabhängig, okay? Mit ein paar Geburtswehen. Und Sie können nichts. Sie können nicht laufen, Sie können nicht sprechen. Und das lernen Sie alles. Das haben Sie alles gelernt. Jetzt lernen Sie doch mal wieder, sich aus der Klammer zu befreien, was Ihre Nachbarn denken. Weil eins kann ich Ihnen sagen aus persönlicher Erfahrung, Ihre Nachbarn denken nichts. Sie kennen doch Ihre Nachbarn gar nicht. Sie kennen Ihre Nachbarn nicht. Und deswegen Ihre Nachbarn denken nichts. Sprechen Sie Ihre Nachbarn mal an und sagen, was denkst du denn eigentlich? Da werden Sie sich wundern, was Sie da hören. Was Sie da hören. Da werden Sie sagen, sind Sie mein Nachbar? Hallo? Das wird passieren vielleicht erst mal. Ich fordere Sie auf, nicht bis zum 22. September zu warten, bis Sie sich entscheiden können. Sie können sich sofort entscheiden. Und dass Leute, die hierher kommen, sehe ich auch als ein Zeichen, dass sie denken, irgendwas ist nicht so richtig und jetzt muss mir mal irgendjemand sagen, wo der Kurs ist. Was ich Ihnen gesagt habe, das wissen Sie doch alles. Daran ist das nichts Neues. Sie wissen Bescheid. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist das, was das zehnjährige Mädchen gesagt hat. Sie können sich nicht davor drücken. Vielen Dank. Vielen Dank.